Wechselkurven auf der Rennstrecke. Jeder kennt sie, die Kombination aus einer links- und einer darauffolgenden Rechtskurve oder umgedreht. Da gibt es ein paar Dinge, die man durchaus beachten kann und die man durchaus auch besser machen kann, um zum einen sicherer zu sein, aber auch schneller zu sein. Und das schauen wir uns heute mal an. Wir haben hier ein Beispiel da, da zeichne ich euch mal die Benefits der Linie auf und auf was man achten muss. Und wir haben aber auch echte Fakten in Form von Data-Recording. Und wir haben auch noch einen Kooperationspartner für dieses Video. Da geht es um diesen verstellbaren Schreibtisch. Den erzähle ich euch auch noch im Laufe dieses Videos. Also bleibt da dran. Viel Spaß bei diesem Video. Also, als allererstes Wechselkurven. Wir haben sie sehr oft. In dem Fall nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus Brünnen. Und zwar habe ich hier unser Tracksheet aus Brünnen ohne eingezeichnete Linie. Einfach mal groß skaliert auf einem DIN A4-Blatt. Und da zeichnen wir jetzt mal die Fahrsituation ein, wie man denn diese Wechselkurve denn am besten fährt. So, wir gehen jetzt mal davon aus, also das ist jetzt ein Teil von Brünnen. Das ist Kurve 3 auf 4. Und, also das ist 3 und das ist 4. Und wir kommen natürlich von dieser Fahrtrichtung. Das heißt, wir kommen von rechts außen. Jetzt ist es immer wichtig zu wissen, um das Thema Rundenzeit zu verbessern, ist es wichtig zu wissen, dass der Kurvenexit immer der wichtiger ist als der Kurvenentry. Sprich, Spätbremsen ist super geil für die Rundenzeit. Ja, allerdings die richtig, richtig schnellen Rundenzeiten, die wirst du erst am Exit der darauffolgenden Kurve generieren. Speziell dann, wenn eine Gerade dahinter folgt. Das heißt, für mich liegt die Priorität ganz klar auf Kurve 4 und nicht auf Kurve 3. Deswegen ist Kurve 3 auch immer unsere sogenannte Opferkurve. Also hier opfern wir Zeit, hier opfern wir Platz, hier opfern wir Linie, damit wir die Kurve, die vor der darauffolgenden Geraden ist, quasi so gut als möglich fahren können. Deswegen fangen wir auch mit der Kurve an, die entscheidend ist. Und hier ist ganz klar, wir wissen natürlich immer, dass wir am Exit müssen wir außen sein, in der Kurvenmitte, sage ich jetzt mal, müssen wir irgendwo innen sein und davor müssen wir irgendwo außen sein. Das ist im Endeffekt einfach die Physik, also der Radius der Kurve ist natürlich abhängig davon, wie gerade kann ich eine Kurve fahren und umso gerader, dass ich die Kurve fahren kann, natürlich, desto schneller kann ich die Kurve fahren. Deswegen arbeite ich immer rückwärts. Ich versuche auch immer, die Rennstrecke von einer gewissen Vogelperspektive aus zu betrachten, um quasi dieses Rückwärtsbauen der Linie richtig machen zu können. Und deswegen ist für mich als erstes Mal der Exit interessant. Und der Exit ergibt sich für mich so flach wie möglich, aber mit ein bisschen Restkurven, Schräglage quasi. Aber ich versuche natürlich so flach wie möglich zu fahren, sodass ich aber auch ordentlich beschleunigen kann. Und daraus ergibt sich quasi jetzt der letzte innere Punkt, also das ist für mich der letzte innere Scheitelpunkt, von dem ich aus die Curves verlassen will. Jetzt sagen wir mal, die Curves gehen meinetwegen bis hier, das zeichnen wir jetzt mal ein, das sind die Curves. Und hier möchte ich spätestens noch innen sein oder bis hier innen sein, um dann den Exit zu verlassen. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und könnte sagen, ja gut, ich kann ja natürlich die Curve auch von innen anfahren, dann könnte ich ja die vorherige Curve auch dementsprechend weit ausholen oder weit offen fahren von außen innen außen. Das Problem ist allerdings, ich müsste hier über diesen inneren Radius so langsam werden, dass mir hier der ganze Schwung kaputt geht. Und es ist eben wichtig, auf der letzten Curve vor der darauffolgenden Geraden quasi so viel Schwung wie nur möglich mitzunehmen. Und genau aus dem Grund kann ich hier nicht innen fahren, sondern muss hier von Maximum außen kommen oder fast Maximum außen. Wenn ich hier von Maximum außen kommen würde, dann würde es auch nicht unbedingt funktionieren, weil da müsste ich die erste Curve hier so bescheiden fahren, also ungefähr so quasi, dass die so viel langsamer wäre, dass das auch nicht im Verhältnis steht. Also ihr seht schon, es geht irgendwo auf einen Kompromiss raus, so wie es halt immer irgendwie auf der Rennstrecke ist. Also es gibt nicht das perfekte Fahrwerk-Setting, es gibt auch nicht die perfekte Linie, es ist immer ein Kompromiss aus vielen Dingen. Und genau hier kommt das im Endeffekt wieder zu tragen. Deswegen entscheide ich mich für den Kompromiss, dass ich quasi zwar schon in der ersten Curve hier investiere oder opfere, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen mir die Möglichkeit gebe, auch die Curve relativ zügig zu fahren. Und deswegen entscheide ich mich hier für das erste Drittel, wo ich quasi die Kurve einleite auf die darauf folgende Rechtskurve. Und jetzt sehen wir, jetzt habe ich quasi den Kompromiss aus flach wie möglich in der letzten Kurve und aber auch nicht komplett eng in der vorherigen Kurve. Und jetzt ist wichtig, dass ich die Scheitelpunkte in der ersten Kurve setze. Und hier ist natürlich der Entry, also der Eingang in die erste Kurve massiv wichtig, speziell was das Thema Einlenkpunkt anbelangt. Ich bin ein Fan davon oder ich empfehle auf keinen Fall Einlenkpunkte in Form von einem Hütchen hier oder da zu geben, weil das Problem ist, der Blickführung wird dann nicht mehr passen, wenn du hier fokussieren würdest auf irgendein Hütchen oder einen Einlenkpunkt. Der Einlenkpunkt muss sich für dich von selbst ergeben und zwar aufgrund dessen, wo du denn hin möchtest. Und wenn du die Linie immer rückwärts aufbaust, dann ergibt sich der Punkt ganz automatisch. Das heißt, in diesem Fall würde sich der Punkt ganz automatisch ergeben, dass ich am Scheitelpunkt relativ spät sein möchte, um quasi diesen nachfolgend aufgebauten Punkt schön zu treffen. Und wenn ich den Scheitelpunkt hier sehr spät setze, dann ergibt sich logischerweise, dass ich auch sehr spät einlenke. Stichwort Straßenfahrer kennen es, hinterschneiden einer Kurve. Ja, diese erste Kurve müssen wir hinterschneiden, um quasi den Scheitelpunkt sehr spät zu setzen. Bevor wir aber da jetzt noch weitermachen, möchte ich euch kurz unseren Partner von dem heutigen Video vorstellen. Das ist die Firma FlexiSpot. FlexiSpot ist ein Hersteller für Schreibtische höhenverstellbar. Den nutzen wir sehr häufig hier in der Firma und auch ich privat habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und da gibt es ja verschiedene Variationen von höhenverstellbaren Schreibtischen. Hier bei FlexiSpot muss man sagen, das ist wirklich ein massives Teil. Das hat eine Tragenaus von 125 Kilo, also wirklich massiv, auch in einer sehr hohen Ausführung. Ich bin jetzt hier auf so einem Bauhocker, sitze relativ hoch und kann hier mit Speicherfunktionen relativ einfach sagen, ich möchte jetzt bitte gerne stehen und gehe hier rüber zum Laptop und stehe mich hier hin und kann mich auch richtig anlehnen, ohne dass das Ding jetzt hier gleich runterfällt. Und wenn ich hier wieder sitzen möchte, dann mache ich das wieder zurück, kann das in einer wahnsinnig großen Spanne verstellen und zwar zwischen 58 und 123 Zentimeter. Also das ist schon eine ordentliche Höhenverstellung. Muss ich sagen, bin ich echt begeistert davon. FlexiSpot hat uns den zur Verfügung gestellt, wir werden nicht dafür bezahlt, aber wir haben ihn zur Verfügung gestellt, kriegt für unsere Videos und muss ich sagen, kann man echt empfehlen. Die haben 60 Tage Rückgaberecht, haben ein Antikollisionssystem mit Kindersicherung und auch natürlich die Memorysteuerung mit USB-Ladeanschluss und so weiter. Also wirklich einige Sachen und ich finde, das hat einen gewissen Benefit, vor allem wenn man sich ständig bewegen kann. Mal sitzt man, mal steht man, man hat eine bessere Durchblutung, man hat auch eine bessere Konzentration. Also ich nutze das wirklich privat als auch geschäftlich permanent, um irgendwie so die Situation am Schreibtisch so ein bisschen besser zu machen. Und von dem her würde ich euch empfehlen, schaut euch gerne mal unten in der Beschreibung den Link an, da haben wir den Schreibtisch verlinkt. Es gibt verschiedene Größen, verschiedene Farben, bla bla bla. Also muss ich sagen, eine geile Qualität. Danke an Flexispot für die Zurverfügungstellung, für diesen tollen Schreibtisch, für die Videos. Also ich würde sagen, Werbung Ende. Wir gehen wieder weiter in die Linie. Okay, wir waren beim Thema Einlenkpunkt. Und der Einlenkpunkt, der muss sich natürlich von selbst ergeben, indem, dass ich die Blickführung wähle. Wichtig ist, dass ich beim Bremspunkt, den Bremspunkt darf ich durchaus haben, in Form von 200-Meter-Schild oder irgendwas derselben. Wichtig ist aber, dass ich den Bremspunkt nicht anvisiere. Das hatte ich im anderen Video schon mal besprochen. Also nicht im Fokus setzen auf den Bremspunkt und nach dem Motto, ah, hier ist der Bremspunkt, ach ja, hier war er ja. Sondern wichtig ist, dass der Bremspunkt peripher vorbeigeht und ich meinen Fokus auf den Scheitelpunkt setze. Also sprich, in dem Fall den Scheitelpunkt der ersten Kurve. Und da muss beim Anbremsen schon der Blick hingehen und dann schaue ich schon zu dem Scheitelpunkt. Und wenn ich mir im Kopf ausmale, wie rund und wie schön von hinten, dass ich diesen Punkt treffen will, dann ergibt sich der Einlenkpunkt dann selbst. Deswegen bin ich kein Fan von Einlenkpunkten setzen. Auch nicht für Anfänger, weil wenn du die Anfänger die Einlenkpunkte setzt, dann lernen die nie richtige Blickführung. Also Einlenkpunkte zerstören die Blickführung und die ist essentiell, um das später auch richtig zu können. Und dementsprechend möchte ich hier eine schöne Hinterschneidungslinie haben, schön von außen kommen. Und mit dieser Linie kann ich auch nicht maximal spät bremsen. Wenn ich richtig hart und spät bremsen will oder noch später, als es vielleicht irgendwie möglich wäre, dann habe ich den Nachteil, dass ich flacher einlenken muss, weil ich natürlich auf der Bremse diesen starken Kurvenradius nicht bewerkstelligen kann. Deswegen muss ich mir bei solchen Situationen auch mir bewusst sein, dass es nicht immer zielführend ist, am letzten Drücker zu bremsen, weil dann verkacke ich diesen Scheitelpunkt, dann verkacke ich das Umlenken auf die Rechtskurve und somit wiederum zerstöre ich quasi auch die Linie am Ausgang auf die nächste Gerade. Das heißt, spät bremsen, alles cool, alles schön, super, muss man auch können, aber nicht immer der Fall. So, jetzt kommen wir zu der technischen Sache nach der Linie. Wichtig ist auch hier, wenn wir jetzt von der Linie noch kurz weitergehen, dass ich natürlich hier so ein bisschen bis zur Mitte oder so ein Drittel rausfahren kann. Man kann auch es weiter zelebrieren, indem dann die Profis machen hier noch ein stärkeres S. Die fahren hier schon auch weiter raus und schaffen es aber dann trotzdem, das Moped noch stärker zu drehen. Das heißt, die machen so einen richtigen Wow-Hup. Das ist aber schon höheres Level und wirklich sehr schwierig. Das Motorrad wirklich unterm Starten, das machen die dann auch über den Hinterradspin. Das heißt, die sliden quasi in einem so einem leichten Driftwinkel erst rüber und dann wieder zurück. Das ist sehr schwierig, kann man mal gehört haben. Für die ist halt wichtig, dass sie wieder zurückkommen. Die müssen zurückkommen, dass der Eingang auf die Kurve 2 trotzdem wieder passt. Und da würde ich für den Anfang aber mal die konservative Variante empfehlen. Spät innen maximal ein Drittel der Strecke und dann schön von außen auf die zweite und Schwung mitnehmen. Wer natürlich schon schneller ist, der kann gerne mal auch das S probieren. Wirklichen, auch die erste schon weiter raus und versuchen wieder zurückzukommen. Aber da geht eben viel über den Hinterradspin. Und Stichwort Hinterradspin, da gehen wir jetzt rein in das Data Recording. Da suchen wir uns jetzt den Beweis dafür, wie das mit der Haptik funktioniert, mit der Bedienung des Motorrads. Bevor ich auf die Bedienung komme, fällt mir noch ein wichtiger Stichpunkt ein. Das ist das Thema Körperhaltung, unter anderem in diesem Thematikbereich jetzt. Denn die Körperhaltung spielt hier schon auch eine Rolle, wenn es zum Thema Timing kommt. Wir haben ja gesagt, wir wollen schnell fahren, wir wollen aber auch sicher fahren. Und zum Schnellfahren gehört ein Faktor dazu, umso schneller wir werden, desto weniger Zeit kriegen wir in diese Wechselkurve. Deswegen ist das Timing sehr wichtig, wenn es dann ums Umlegen geht. Und das Umlegen ist sehr, sehr speziell, weil ich da wirklich die zwei Werkzeuge des Lenkens eines Motorrads wirklich explizit zum gleichen Zeitpunkt nutzen muss, um das Motorrad wirklich von links nach rechts auch im Timing, also schnell, zu legen. Und da ist es wichtig, dass ich schon in der Linkskurve, also sprich, wenn ich noch in links Schräglage bin, eigentlich schon hochgehe mit dem Körper und mich schon darauf vorbereite, dass ich jetzt gleich noch rechts rübergehe. In dem Moment, wo ich dann die Richtung wechsle, muss dann dazu der Lenkimpuls, und da sage ich ganz bewusst, auf der einen Seite ziehen und auf der anderen Seite drücken und das zum gleichen Moment. Und dann kippt das Motorrad förmlich mit der Körperhaltung, das wechselt von der einen auf der anderen Seite, wirklich schnell um und da muss das Timing stimmen, das muss schnell gehen. Das darf nicht erst so und dann so, dann stimmt der Einlenkpunkt für Kurve 2 nicht mehr und somit triffst du auch den letzten Scheitel nicht. Deswegen, das muss wirklich pam pam gehen und im besten Fall unter einer Beschleunigung. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn ich die Körperhaltungsrichtungswechsel mache, den Lenkimpuls und dabei auch noch irgendwie in Form einer Beschleunigung bin. Das ist nämlich extrem schwierig und das schauen wir uns jetzt im Data Recording an. Okay, hier haben wir jetzt ein Data Recording und das ist jetzt tatsächlich wie schon gezeigt, eine Kurve 3 auf 4 im Brünnen, ihr seht das quasi hier, Kurve 3 auf 4. Da fahren wir jetzt und jetzt schauen wir uns einmal wirklich auch den Bremspunkt an, wir müssen uns jetzt ein bisschen kleiner machen vom zeitlichen Abfolgen her. Und ich will euch jetzt gar nicht zu kompliziert machen, damit ihr jetzt vielleicht nicht irgendwie erschreckt und sagt, um Gottes Willen, was sind das alles für Linien. Also um es ganz einfach zu halten für die Anfänger unter euch, Data Recording. Die blaue Linie ist das Gas, also das, was ich mit der rechten Hand mache. Die grüne Linie ist die Bremse. Dann haben wir Weiß und Gelb, das sind die zwei Reifen, also die Raddrehzahlen. Gelb ist die Hinterachse, Weiß ist die Vorderachse. Und dann haben wir hier noch dieses Hellbraune, das ist die Gabel, Einfederweg der Gabel. Und das Dunkelbraune, falls man es sehen kann, ist dann noch die Schräglage. Und jetzt kommen wir hier, wenn wir uns das anschauen, wir kommen hier quasi nach dem Bremsvorgang, mit dem Grün logischerweise, in die Kurve 3 hinein. Ich lasse die Bremse los und gehe ans Stützgas. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und hier sehen wir schön, ab dem Zeitpunkt, wo ich hier das Stützgas öffne, also hier, haben wir sofort eine Raddrehzahländerung im Hinterrad. Das heißt, wir haben sofort einen Spin. Das habe ich auch schon mal im Video gesagt, sobald wir hier Stützgas öffnen und wir auf der Hinterachse einen Spin haben, haben wir den Vorteil, dass wir eigentlich so gut wie nicht mehr über das Vorderrad stützen können. Weil wenn die Hinterachse leicht ausgelöst ist, kann die Vorderachse nicht mehr einklappen. Das ist ein Riesenvorteil. Walter Röhrl sagt ja mal, wenn du Baum siehst, in den du hineinfährst, was untersteuern. Und wenn du Baum nur hörst, in den du hineinfährst, ist es übersteuern. In dem Fall haben wir ein minimales Übersteuern. Das heißt, wir gehen an Stützgas und halten erstmal die Linie. Das Ganze passiert dann lediglich eine halbe bis dreiviertel Sekunde, wo ich die Linie halte und dann sieht man schon, wie ich quasi das Gas aufdrehe und sogar bis nach 100 Prozent gehe. Dabei sieht man ganz deutlich, wie der Schlupf am Hinterrad höher wird. Das hilft mir auch, in dem Moment die Linie nach links rüber zu halten, wie wir es hier auf dem Tracksheet ja quasi aufgezeigt haben. Ganz wichtig, dass ich hier quasi eben rüberkomme. Das ist schon ein bisschen so die S, die Schlingenwahl, damit ich hier einen leichten Spin nach links habe, in so einem leichten Driftwinkel. Das heißt, ich fahre quasi jetzt mehr oder minder darüber, über diesen Hinterachsspin. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ich natürlich schnell den Richtungswechsel mache. Also Körper von links nach rechts, dann auch noch der Lenkimpuls dazu kommt. Währenddessen ich aber das Gas halte und sogar kurz auf Vollgas gehe. Wenn wir uns jetzt die Schräglagen anschauen, dann sind wir logischerweise in dem Bereich hier, in der Linksschräglage. Wir sehen dann auch Banking, da sind wir hier, Banking waren es dann 49 Grad und jetzt wird es schon wieder weniger, geht eben in Richtung, da wird es dann nochmal höher, in der Stützgasphase ist es am höchsten tatsächlich, 53 Grad, da kommt dann der Spin dazu, der die Schräglage eben nochmal erhöht. So, in dem Moment, wo ich quasi Vollgas habe, 100 Prozent Rostkappe, haben wir 37 Grad Schräglage und jetzt schließe ich das Gas langsam zurück, aber es ist immer noch da und die Schräglage wird quasi, jetzt geht sie zurück in die andere Seite. Das heißt, ich komme jetzt quasi in Richtung Null und beschleunige quasi bis zu dem Zeitpunkt, dass ich auf Null Grad Schräglage bin, sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also je nachdem, wie viel Timing und wie viel Platz ich zwischen den zwei Kurven habe, kann ich dann über den Nullpunkt hinaus beschleunigen. Und da habe ich auch schon im Video gesagt, man kann da auch die Geräuschakustik über den Reifenumfang hören. Links ist der Umfang klein, dann ist er im aufrechten Zustand, ist der Umfang des Reifens hinten höher und dann wird er wieder klein. Das heißt, wir haben ein... Also es dreht, die Drehzahl geht hoch, da hört man auch einen schnellen Fahrer raus, wenn der drüber dreht, dann sagen wir, der ist aber schnell, da kann man natürlich abhängig davon. Und der Vorteil ist, in dem Moment, wo ich das Motorrad ein bisschen drüber drehe, habe ich einen permanenten Spin übers Hinterrad und das schont mein Vorderrad und das hilft auch dabei, dass ich mein Vorderrad eventuell auch nicht verliere. So, jetzt werden wir nochmal ins Data-Recording reinschauen, drehe ich das Motorrad also minimal über die Schräglage von links nach rechts drüber und dann bin ich kurz davor, dass ich das Gas quasi schließe. Und da sind wir nochmal, da sind wir es ganz genau am GPS, wo wir quasi sind, wir sind quasi hier, also in der Mitte drinnen, da drehe ich das Gas langsam zu und dann kommt nochmal minimal die Bremse, weil du natürlich mit 100% Rassenklappe da nochmal ordentlich Geschwindigkeit aufbaust. Das heißt, ich muss nochmal, das ist aber nicht viel, das sind 1,6, 1,7 Bar, irgend sowas. Das ist tatsächlich ein Finger oder zwei Bar sind, und ich bremse da mit einem Finger nochmal so ein bisschen. Da ist es schon heikel, weil wir haben schon wieder minus 10% Schräglage in die Rechtsschräglage quasi. Das heißt, und ich fange da an quasi nachzubremsen und da kommt ein Impuls ins Fahrwerk, der schon ordentlich ist. Wir sehen es da auch in der Gabel, da haben wir auch einen ordentlichen Hacken drin. Da muss man schon aufpassen, weil wenn man da einmal zu abrupt reingreift, dann kann es sein, dass man quasi über den Wechsel das Vorderrad verliert. So, dann ist wichtig, dass das Lösen der Bremse smooth es möglich ist quasi. Wir sehen es, dass wir da nicht viel Änderung in der Gabel haben. Tatsächlich, das hat ganz gut geklappt. Und dann ist es eben wieder wichtig, das Stützgas sofort wieder zu öffnen, in Form von Blau, dass wir sagen, okay, jetzt bitte einmal wieder Spin übers Hinterrad. Wir sehen, da wo die Bremse kommt, ist der Spin weg, und sobald das Stützgas wieder kommt, kommt der Spin zurück. Und da ist es wichtig, sich zu positionieren und quasi den letzten inneren Punkt hier anzuzielen und auch bis dahin innen zu bleiben und auch bis dahin lediglich das Stützgas zu haben. Weil man kann durchaus beurteilen, ab dem Zeitpunkt, wo ich hier das Stützgas quasi von Stützgas in Richtung Bergauf verbringe, also in Richtung Vollgas, also in dem Bereich, das sehen wir ganz deutlich, wenn wir jetzt hier mal nach oben schauen und schauen uns das Ganze auf der Karte an, in welcher Phase der Kurve das quasi ist. Das ist schon quasi relativ am Kurvenausgang und das ist sehr spät. Also das heißt, die Kurve ist schon fast vorbei, so wie es auch sein soll. Da ist der Ausgang dann maximal flach und das ist eben der Moment, wo ich dann das Gas nach oben bringe und nach Vollgas bringe. Und dann passt das auch, dann muss ich im Nachgang, wir sehen es, können Sie uns auch gerne anschauen hier, der Exit. Das ist auch der Moment, wo ich dann quasi tendenziell nicht korrigieren muss, sondern eben 100% Drosselklappe geben kann. So, das waren jetzt so ein paar Tipps, die ich euch auf die Schnelle in so einem YouTube-Video mitgeben kann, wenn ihr Interesse habt an fahrwerkspezifischen Sachen, die vielleicht noch ein bisschen tiefer oder nicht nur vielleicht, sondern offensichtlich ein bisschen tiefgreifender sind, als wie das jetzt, weil natürlich hier in einem 20-Minuten-Video tue ich mich schwer, da alle Infos reinzupacken. Dafür gibt es zum Beispiel unseren Fahrwerksratgeber, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung, wer den noch nicht gedownloadet hat, 4,5 Stunden YouTube-Video, also nicht YouTube-Video, sondern Video zum Downloaden tatsächlich, wo es wirklich um die Details, um die Basics im Fahrwerksbereich geht. Und da sind natürlich viel, viel Know-Hows drin, die ich hier einfach in so kurzen YouTube-Videos nicht reinpacken kann. Von dem her, ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Schreibt es gerne in die Kommentare. Teilt das Video natürlich auch gerne mit euren Freunden, dass die auch sicherer und vielleicht schneller, vielleicht nicht für euch. Die Freunde, wenn sie schneller werden, ist immer scheiße. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn es dann natürlich einen Daumen nach oben gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.